Lärm- und Schallschutz mit einem Vorhang von Kreation Baumann, Beta-Akustik. Der voluminöse Tagesvorhang besteht aus schwer entflammbarem Trevira CS. Beta-Akustik ist halbtransparent. Die Haptik ist angenehm und die Oberfläche ist strukturiert. Waschen Sie Beta-Akustik bei 30 Grad im Schonwaschgang. Das Funktionstextil fällt in die Falten. Möchten Sie Schall im Raum reduzieren und absorbieren, dann ist dieser Stoff die richtige Wahl. Beta-Akustik ist Klassenbester mit einem Alpha-Wert von 0,65. In der modernen Architektur wird sehr viel mit glatten Oberflächen gearbeitet. Da ist Beta-Akustik mit seinem Alpha-Wert 0,65 die beste Wahl. In diesen zwei Videos zeigen wir Ihnen noch andere Vorhangstoffe, die sehr gute Alpha-Werte haben. Die Alpha-Werte zeigen, wie gut der Schall absorbiert wird. gibt es einen ... Untertitelung des ZDF, 2020